Alle schlagen gegen die Tür, keiner macht die Tür auf und ich mache nur so. Auf einmal, Tür geht auf, er guckt mich an, packt mich und zieht mich einfach rein. Während wir darüber reden, reißt so ein kleines Mädchen die Tür auf und sagt, die Wahrsagerin hat gerade gesagt, in einer Woche stirbt wieder jemand. Wie gesagt, ich hatte keine Energie, ich hatte keine Kontrolle mehr darüber, geradeaus links rechts zu gucken, mein Kopf fällt nach hinten, nach rechts und ich gucke nur noch nach rechts und da ist ein Tor von einem Friedhof. Und denk mir, fuck, Alter, das ist ein Zeichen. Du wirst auf diesem Friedhof beerdigt und das dauert nicht mehr lange. Beinahe habe ich mein Leben verloren. So ein Stück hat gefehlt und ich würde heute hier nicht sitzen. Heute erzähle ich euch eine Story, die mir passiert ist, die ich mir auch bis heute wirklich nicht erklären kann. Also, hört sie euch einfach an und seid gespannt. Ich bin zu Hause, meine Mutter kommt zu mir und sagt, Zeit, von deiner Tante, der Mann liegt im Sterben. Ich so, was ist passiert? Er hat einen Herzinfarkt gehabt und die wissen jetzt nicht, ob er es überlebt, ob er es nicht überlebt. Ich rufe meinen Cousin an, ich sage zu ihrem Cousin, was ist los? Er sagt, Bruder, mein Vater hatte einen Herzinfarkt gehabt und er liegt im Krankenhaus. Sein Vater und seine Mutter, Geschwister leben alle im Irak. Er ist der Einzige, der hier in Deutschland lebt. Ich habe zu ihm gesagt, Herr Mam, halt mich bitte auf den Laufenden. Ein paar Tage vergehen, es hieß erst mal, dass es ihm besser geht. Und dann, ich sitze im Auto, ich kriege einen Anruf von meiner Mutter und sie sagt zu mir, er ist gestorben. Ich war erst mal geschockt, ich rufe meinen Cousin an. Ich kenne die Situation, mein Vater ist auch damals verstorben, ich weiß, wie das Ganze abläuft. Ich rufe meinen Cousin an, ich habe zu ihm gesagt, Cousin, erst mal mein Beileid. Sei stark, aber es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um zu trauern. Wir haben ein paar Dinge zu klären und zu erledigen. Wir müssen eine Trauerfeier organisieren. Die Leute aus unserem Kulturkreis wissen, wie sowas abläuft. Man mietet eine Halle, einen Saal. Man schlachtet ein paar Lämmer. Man holt Getränke, solche Sachen. Ich habe zu ihm gesagt, ich komme jetzt nach Hannover zu dir. Er sagt, Zeit, ich schwöre dir. Und ich muss euch dazu sagen, er ist ganz neu in Deutschland. Zwei, drei Monate. Er hat nichts, gar nichts. Bei mir sah die Welt finanziell zu dem Zeitpunkt rosig aus. Ich sage zu ihm, mach dir um Geld gar keine Sorgen. Ich komme jetzt erst mal zu dir und dann regeln wir alles. Ich fahre zur Bank, ich hole 5.000, 6.000 Euro. Ich fahre nach Hannover. Ich umarme ihn, ich drücke ihn, ich sage zu ihm, später können wir weinen. Später können wir trauern. Aber jetzt müssen wir erst mal das Letzte tun, was wir für deinen Vater tun können. Wir organisieren die Trauerfeier. Alles läuft reibungslos. Ja, die Trauerfeier ist vorbei. Wir sitzen bei ihm zu Hause auf dem Balkon. Er und ich, wir rauchen eine. Und dann sagt er zu mir, Zeit, ich muss nach Irak fliegen. Ich muss zu meiner Mutter, ich muss zu meinen Geschwistern. Und bei uns ist das so, nach 40 Tagen gibt es wieder eine Trauerfeier. Ja, quasi so ein kleines Essen für den Verstorbenen. Ich gucke ihn an, ich sage zu ihm, weißt du was, ich komme mit dir mit. Ich begleite dich, damit du nicht alleine bist. Er sagt zu mir, das wäre Bombe. Aber das Problem ist, mein Pass, den ich habe, ich darf eigentlich damit nicht in den Irak fliegen. Ich so, tamam, dann, weiß ich nicht, geh zum Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt oder wie man das da nennt. Und frag mal, vielleicht haben die Verständnis, vielleicht stellen die dir irgendwas aus. Drei, vier Tage vergehen, ich rufe ihn an, ich sage, und was hast du gemacht? Er sagt, ich war noch nicht da. Ich so, ey, wann willst du denn da hingehen? Wir müssen das doch organisieren, wir müssen doch Tickets buchen und solche Sachen. Er sagt, ja, ich gehe da morgen hin. Ich habe gesagt, weißt du was, ich bin morgen früh bei dir und wir gehen da zusammen hin. Du sprichst nicht mal richtig Deutsch. Auf jeden Fall, wir gehen nächsten Tag hin, wir klären das alles ab. Die stellen ihnen einfach einen Ausweis direkt aus und sagen, du kannst damit in den Irak fliegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir buchen die Tickets, wir fliegen in den Irak. Wir sitzen im Flieger. Flieger landet. Die ersten Passagiere steigen aus. Er läuft vor mir, läuft die Treppen runter vom Flieger. Und ich schwöre es euch, ich laufe die Treppen runter, ich betrete den Boden und auf einmal mein Herz fängt richtig an zu schlagen. Ich kriege wenig Luft. Ich habe so einen Gedanken gehabt, shit, Alter, du stirbst. Ich habe es aber dann verdrängt. Ich habe es einfach versucht zu verdrängen. Dann, wir sitzen im Auto. Wir sitzen im Auto und ich fange an zu husten. Ich fange an zu husten. Ich kriege voll schlecht Luft. Ich habe erst mal gedacht, es liegt an dieser Hetze und so im Irak. Aber es hat sich nicht so angefühlt, weil ich war schon mal da. Ich war schon zweimal da. Zu dem Zeitpunkt war ich schon zweimal da gewesen. Das war also quasi das dritte Mal. Und es war nicht wie sonst auch. Vorher war es auch warm. Jetzt ist es auch warm. Aber es lag nicht daran. Es war ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Auf jeden Fall, wir haben erst mal zwei Stunden Autofahrt vor uns. Und wir kommen da an und seine ganze Familie, also quasi meine Tante, Cousins, Cousin und sein Onkel, der Bruder von seinem Vater, ist auch da. Der spielt eine ganz große Rolle in dieser Geschichte. Onkel Emin. Wir kommen da an. Erst mal umarmen sich alle. Weinen. Ich grüße Onkel Emin. Ich setze mich hin. Er setzt sich neben mich. Wir reden. Herzlich willkommen. Dies und das. So das Übliche halt. Wie geht es euch? Wie war der Flug? Und dann fing es an. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er trauert. Ich hatte das Gefühl, er will mir die ganze Zeit irgendwas sagen. Er redet und redet und redet. Und ich schwöre es euch. Ich kriege schlecht Luft. Ich huste. Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin am Verrecken. Am Verrecken. Ich versuche es irgendwie zu unterdrücken, weil ich nicht will, dass die sich jetzt irgendwie Sorgen machen oder so. Und er redet wie ein Wasserfall. Irgendwann nehme ich mein Handy raus. Ich spiele so ein bisschen mit meinem Handy damit, in der Hoffnung, dass er checkt. Ich lasse ihn jetzt mal kurz in Ruhe. Und dann guckt mein Cousin mich an und sagt zu mir so, macht mir quasi so ein Zeichen. Pack dein Handy weg. Er redet doch gerade mit dir. Ich packe mein Handy wieder weg. Er redet. Ich sage zu ihm, Onkel, ich bin echt kaputt vom Flug. Ich gehe mich ein bisschen hinlegen. Er sagt, okay, mein Sohn, geh ins Zimmer, leg dich hin, ruhe dich aus. Ich gehe ins Zimmer. Da liegt eine Matratze. Ich lege mich hin. Ich lege meinen Kopf auf ein Kissen. Ich mache meine Augen zu. Und ich höre, die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Aber ich mache meine Augen nicht ganz auf. Ich kenne dir das, wenn ihr die so ganz leicht aufhabt, dass ihr so ein bisschen sehen könnt. Ich habe sie so ganz leicht aufgemacht, um zu sehen, wer reinkommt. Wer ist es? Onkel Amin. Und setzt sich genau neben meinen Kopf. Und denkt nach und macht die ganze Zeit so mit seinen Daumen. Und ich denke so, ey, was ist sein Auftrag, Alter? Was will er von mir? Und dann saß er da zwei Minuten, hat nachgedacht. Und er und ich sind ganz allein in dem Zimmer. Er denkt nach und geht einfach weg. Steht auf und geht. Das hat mich voll unruhig gemacht. Ich dachte, es ist sehr sauer auf mich. Hat er irgendwas auf dem Herzen? Will er mir irgendwas sagen? Auf jeden Fall, ich konnte dann nicht mehr schlafen. Ich stehe auf. Ich mache die Tür auf. Und links ist eine Tür. Da ist das Wohnzimmer. Alle sitzen da. Ich laufe aber nach rechts, Richtung Küche. Ich sehe, mein Onkel steht da. Ein anderer Onkel von mir. Er ist nur ein paar Jahre älter als ich. Ich gucke ihn an. Ich sage zu ihm, tu mir bitte einen Gefallen. Hol sofort die Autoschlüssel. Und lass uns ins Dorf fahren. Auf dem Friedhof. Mein Vater, mein Opa, mein Onkel und so liegen alle da. Die sind da beerdigt. Er sagt, okay. Ich habe gesagt, aber wenn du die Schlüssel holst, lass es niemandem wissen, dass du die Schlüssel überhaupt genommen hast. Und lass auch niemandem wissen, wohin wir fahren. Er sagt, ja, okay. Er holt Schlüssel. Ich so, hat das jemand mitbekommen? Er sagt, nein. Ich sage, komm, lass los. Wir steigen ins Auto ein. Wir fahren ins Dorf. Wir machen so ein bisschen sauber. Und ich mache mir eine Zigarette an. Ich stehe vor dem Grab von meinem Vater. Und habe da ungefähr so eine halbe Stunde verbracht. So nach einer halben Stunde sage ich zu meinem Onkel, ich habe zu ihm gesagt, komm, lass uns gehen. Er sagt, ja, komm. Wir laufen aus dem Friedhof raus. Ihr müsst euch vorstellen, da ist so ein großes Tor. Wir laufen aus diesem Tor raus. Und dann seht ihr schon so quasi die Hauptstraße. Wir gehen aus diesem Tor raus. Wollen gerade zum Auto laufen. Auf einmal sehe ich, ein Auto kommt. Und wer ist es? Onkel Emin. Und ich denke mir so, Alter, woher wusste er, dass ich hier bin? Woher? So viele Dörfer drumherum, so viele Städte drumherum. Was macht er hier in diesem Dorf? Da hat er doch nichts verloren. Auf jeden Fall, er parkt genau neben unser Auto. Und bevor er anhalten konnte, bin ich schnell ins Auto gelaufen, weil ich wusste, wenn ich draußen stehe, wird er mich wieder vorlabern. Ich steige ins Auto ein. Ich mache Fenster runter. Er steht genau neben mir. Dann fragt er mich, alles okay bei euch? Braucht ihr irgendwas? Ich sage zu ihm, nein, Onkel, alles gut, Dankeschön, weiß sich zu schätzen und so. Und er redet und redet und redet. Und sein Bruder ist ja gestorben. Vor ungefähr 20 Tagen. 22 Tagen. 20, 22 Tage ist das her, dass sein Bruder gestorben ist. So, und dann sagt er zu mir, morgen früh fahre ich ins Dorf und werde schon mal ein paar Vorbereitungen machen für das Grab von meinem Bruder. Weil das wird übermorgen gemacht. Ich werde da schon mal die ganzen nötigen Sachen hinbringen. Damit das Ganze schnell gemacht werden kann, sein Grabstein. Und er hat das mit so einer Motivation gesagt. Ich habe ihn so auf die Schulter geklopft und habe gesagt, weißt du was, morgen früh komme ich mit dir mit und wir werden das gemeinsam machen. Wie spät soll es losgehen? Er sagt, um 10 Uhr müssen wir da sein. Ich sage zu ihm, okay. Ich frage ihn, worum gehst du jetzt? Er sagt, ich fahre jetzt nach Hause. Dann hat er wieder angefangen zu reden. Er hat mich einfach nicht loslassen wollen. Ich habe es nicht gecheckt. Hat er mich so sehr vermisst, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn er mich vermissen würde, hat er mich auch angerufen. In der Zeit, wo ich in Deutschland bin. Aber noch nie hat er mich angerufen. Noch nie. Auf jeden Fall, er fährt weg. Wir fahren nach Hause. Ich gehe erst mal unter die Dusche. Schöne kalte Dusche. Sitze auf der Terrasse. Trinke meinen Tee. Rauche meine Zigarette. Was passiert schon wieder? Er. Er holt sich einen Stuhl. Setzt sich genau neben mich. Zeit, wie geht es dir? Und es geht mir immer noch nicht besser. Es geht mir immer schlechter. Immer schlechter. Immer schlechter. Und ich weiß nicht. Der Typ hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Er lässt mich einfach nicht in Ruhe. Verdammte Scheiße. Irgendwann musste er gehen. Er hat einen Anruf gekriegt. Und das hat mich so beruhigt. Ich könnte euch das Gefühl nicht vorstellen. Kennt ihr diese Menschen, die euch einfach nicht in Ruhe lassen und reden, 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 reden und keinen Punkt und Komma kennen? Genau so war das. Und das Problem ist, ich hätte ihnen ja auch gerne zugehört und ich hätte mich auch gerne mit ihnen unterhalten, aber ich konnte nicht. Ich war nur am Husten. Ich habe Kopfschmerzen. Mir geht Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wohin mit meinem Leben. Und ich habe auch oft immer gehört, die Krankenhäuser im Irak oder in Syrien und so die Gegend, wenn die wissen, die können diesen Menschen nicht helfen, die verpassen einfach eine Spritze, zwei, drei Stunden später stirbt er an einem ganz komischen Tod. Herzinfarkt oder Schlaganfall oder was weiß ich was. Deswegen wollte ich auf Biegen und Brechen nicht ins Krankenhaus, weil ich wusste, mir geht es sehr, sehr schlecht. Übertrieben schlecht. Dann so gegen 18 Uhr sagt mein Cousin zu mir, es gibt hier in der Nähe einen Park. Wollen wir da hin? Ich habe zu ihm gesagt, ja lass uns, wenn du willst, lass uns. Wir gehen in den Park. Ich kriege einen richtig übertriebenen Hustenanfall. Ich bin kurz vorm Umkippen. Und die sagen, lass uns lieber nach Hause, dein Zustand, der geht dir gar nicht. Dann, ich lege mich ins Zimmer. Ich lege mich hin und ich schwöre es euch, es hat sich so angefühlt, als würde ich meine Seele raushusten. Also egal, wie ich es versuche, euch jetzt zu beschreiben, wie dreckig es mir ging. Ich kann es nicht. Also übertrieben, übertrieben schlecht ging es mir. Auf jeden Fall, ich liege im Zimmer und ich kriege den Hustenanfall meines Lebens und ich bin ganz alleine. Die anderen sind alle oben auf der Terrasse. Und ich kriege diesen Hustenanfall und ich denke, fuck, Alter, ich sterbe jetzt. In dem Moment geht die Tür auf von meinem Onkel Emin, der mich die ganze Zeit vorlabert, sein Sohn und mein Cousin, mit dem ich aus Deutschland gekommen bin, machen die Tür auf und sagen, ey, was ist los mit dir? Du bist kurz vorm Sterben. Ich habe zu denen gesagt, Jungs, ich halte es nicht mehr aus. Ich schwöre, ich werde sterben. Ich kann nicht mehr. Bringt mich ins Krankenhaus, scheiß drauf. Ich dachte mir, wenn er mir eine Spritze verpasst, muss ich nicht mehr so leiden. Ich schwöre es euch, es kam wirklich an diesem Punkt. Dann, wir gehen ins Krankenhaus und ich bin in diese Krankenhäuser in Deutschland gewohnt. Ich gehe ins Krankenhaus, das sah aus wie so eine Schule, voll komisch. Kommt so ein Möchtegernarzt und will mich so abhorchen. Auf jeden Fall, er packt dieses Ding hier in sein Ohr rein und will so abhören, so meine Lunge quasi. Aber anstatt zu sagen, zieh dein T-Shirt hoch oder macht hier runter und will hier so reingehen, hält er das Teil genau auf mein T-Shirt. Jani, was will er denn da hören? Habe ich mir so gedacht, ne? Ich kenne es ja aus Deutschland, man zieht sein T-Shirt aus mit Unterhemd oder so und dann hören die ab. Er hält das einfach so gegen mein T-Shirt und macht die ganze Zeit so und ich denke so, ey, du hörst doch das T-Shirt, Digga. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. So hörst du doch meine Lunge nicht. Auf jeden Fall, er sagt zu mir, ja, hört sich nicht so schlimm an, ist alles okay. Ich nehme so einen Zettel und so einen Stift und schreibe irgendwelche Medikamente drauf und sage, die kriegst du heute nicht mehr. Du musst morgen zur Apotheke. Und mein Cousin rastet aus. Er sagt, der Typ ist am sterben. Er braucht jetzt irgendwas. Er sagt, ich habe die Medikamente nicht hier und Apotheke hat zu, du musst morgen hin. Ich schwöre es euch, Mann, ich wollte einfach sterben. Ich konnte nicht mehr. Auf jeden Fall, wir steigen ins Auto ein und dann fing auch schon diese ganz komischen Dinge an. Wir fahren. Ich schwöre es euch, ich schwöre es euch auf meine ganze Familie, ich lüge nicht. Wir fahren und das Auto geht einfach aus und während das Auto ausgeht, verliere ich meine komplette Energie. Ich hatte keine Kraft mehr, gerade zu sitzen. Ich falle so nach hinten auf den Sitz und auch mein Kopf fällt nach hinten und mein Kopf fällt auf einmal so nach rechts. Und während mein Kopf so nach rechts fällt, wie gesagt, ich hatte keine Energie, ich hatte keine Kontrolle mehr darüber, gerade aus links rechts zu gucken. Mein Kopf fällt nach hinten, nach rechts und ich gucke nur noch nach rechts und da ist ein Tor von einem Friedhof. Und ich denke mir, fuck, Alter, das ist ein Zeichen. Du wirst auf diesem Friedhof beerdigt und das dauert nicht mehr lange. Das Ganze hat fünf Minuten gedauert und die sagen zu mir, wir müssen aussteigen, wir müssen nach Hause laufen. Ich so, Jungs, ich kann mit Biegen und Brechen gerade reden. Ich kriege mich aus dem Auto nicht raus. Wie soll das funktionieren? Wir warten so ein paar Minuten, das Auto springt wieder an und wir fahren los. Es ist ungefähr 22 Uhr. Ich bin zu Hause, ich sitze auf der Terrasse, ich trinke was Kaltes. Und Leute, egal wie krank ich bin, egal wie viel ich huste, ich bin ein leidenschaftlicher Raucher. Ich habe mir erst meine Zigarette angemacht. Und in diesem Moment muss ich an Onkel Emin denken. Und ich habe so krasses Verlang danach, ihn zu sehen gerade, mit ihm zu sprechen. Obwohl er mir den ganzen Tag auf den Geist ging. Ich gucke meinen Cousin an, ich gucke seinen Sohn an, ich sage zu ihm, könnt ihr mich in euer Dorf fahren? Ich muss zu Onkel Emin. Die sagen, was willst du bei Onkel Emin jetzt? Ich habe gesagt, ich kann es euch nicht erklären, aber ich habe gerade einfach das Verlangen danach. Ich muss zu ihm. Die sagen, meinst du und so. Dann kommt meine Tante, die sagen, ja, er will dahin. Meine Tante sagt, bitte seid. Es ist schon sehr spät, es ist dunkel, der Weg dahin ist sehr gefährlich. Die Leute fahren wie Verrückte, da sind schon viele Unfälle passiert. Viele Leute sind auf diesem Weg schon da gestorben und so. Warte bitte bis morgen früh. Ich so, ja, okay. Gegen zwölf Uhr lässt mein Husten nach. Mein Husten lässt nach, meine Kopfschmerzen lassen nach. Und ich dachte so, Bombe, Alter, es ist irgendwie von alleine weggegangen. Eine Stunde später fängt mein Husten wieder an, aber richtig übertrieben. Noch schlimmer als vorher. Die standen alle um mich herum, die dachten, die dachten sich, das haben die mir im Nachhinein erzählt. Wie bringen wir das seiner Mutter bei, dass er, dass er hier gestorben ist? Ich schwöre es euch, die haben mit mir abgeschlossen. So beschissen ging es mir. Und dann, dreihalb vier, schlafe ich ein. Also ich war stundenlang wach. Über 24 Stunden, fast 30, 35 Stunden oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich schlafe ein. Um 5 Uhr stehe ich auf. Kein Husten. Keine Kopfschmerzen. Keine Nackenschmerzen. Keine Rückenschmerzen. Keine Beinschmerzen. Als hätte jemand so gemacht und es war weg. Ich konnte mir das nicht erklären, aber ich wollte es mir auch gar nicht erklären. Hauptsache es ging mir wieder besser. Hauptsache es ging mir wieder besser. Ich schlafe wieder ein und ich schwöre es euch, diese eine Stunde, die ich dann auch wieder eingeschlafen bin, hat sich angefühlt wie 20 Stunden. Es ging mir so gut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall, ich bin am Pen. Um 6, halb sieben höre ich, wie die Tür aufgeht. Das Ding ist, ich schlafe auch in einem Zimmer, wo der Schrank von meiner Cousine und so ist. Kleiderschrank. Ich gucke auf die Uhr, es ist halb sieben. Meine Cousine kommt rein mit ihrer Schwägerin und mache in den Schrank auf und nehme irgendwelche Sachen raus. Ich so, was habt ihr denn vor, so früh am Morgen? Sie sagen, ja, wir müssen ins Dorf. Ich so, was macht ihr denn da? Ja, unser Onkel ist gestorben. Ich so, welcher Onkel von euch ist denn gestorben? Die sagen zu mir, Onkel Emin. Ich so, bitte was? Ich hatte heute um 10 Uhr eine Verabredung mit ihnen. Beim Friedhof. Die sagen, ja, er ist heute Nacht um 4.30 Uhr, zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr gestorben. Und als allererstes kam mir dieser Gedanke, hat das irgendeine Verbindung? Und da dachte ich mir, nein, das kann nicht sein. Und normalerweise ist das so, wenn jemand stirbt, um solche Uhrzeiten, also wenn es hell ist, wenn es dunkel ist, darf man bei uns niemanden beerdigen. Erst wenn es hell ist, wenn die Sonne aufgeht. Sobald die Sonne weg ist, darfst du niemanden beerdigen. Und normalerweise, das habe ich schon damals mitbekommen gehabt, wo ich das erste und zweite Mal im Irak war. Wenn jemand gestorben ist, ich schwöre es euch, das hat keine halbe Stunde gedauert. Der Tote wurde gewaschen, angezogen, alles mögliche, Gebet, hat keine halbe Stunde, Stunde gedauert. Das Ding ist, es ist halb sieben, er ist schon seit einer halben Stunde, Stunde tot. Es ist hell, das heißt, ich werde es niemals schaffen, pünktlich da zu sein, wenn die nicht schon überhaupt fertig sind. Wir sind auf dem Weg dahin, ich frage meine Tante, ich so, was ist passiert, Mann? Es ging ihm doch gestern auch so gut. Und dann sagt sie zu mir, um zwölf Uhr nachts hatte er einen Herzinfarkt gehabt und war auch schon eigentlich tot und haben ihn wiederbelebt. Und ich denke mir so, zwölf Uhr war doch da, wo es mir eigentlich wieder besser ging. Und um ein Uhr ging es mir wieder dreckig. Und um halb fünf, wo es mir wieder besser ging, war er tot. Alter, was sind das für Filme? Was sind das nur für Filme? Auf jeden Fall, wir fahren, wir kommen da an im Dorf und ich sehe nur noch vor, deren Haus voll, voll, voll mit Frauen, Männern, alle am Schreien, alle am Weinen. Emin ist plötzlich gestorben. Alle sind am Durchdrehen und können sich das nicht erklären. Gestern war er noch topfit. Und ich weiß nicht wie, aber ich schwöre es euch, da waren locker 60, 70 Leute vor der Tür. Ich bin einfach irgendwie durchgekommen. Und im Irak ist es auch so, die waschen den Toten nicht irgendwo an einer bestimmten Stelle in einem Krankenhaus oder in einem heiligen Tempel oder so. Die haben ihn einfach zu Hause gewaschen. In einem Raum. Irgendwo da in einem Raum. Und ich frage jemanden, ich so, was ist Sache? Habt ihr ihn schon beerdigt? Die sagen nein. Die sind in dem Raum und wollen ihn waschen. Darauf kam ich auch erstmal nicht klar. Ich laufe da hin. Alle stehen vor der Tür. Alle wollen unbedingt die Tür aufmachen und ihn noch einmal sehen und sich verabschieden und so. Alle sind am Durchdrehen. Alle schlagen gegen die Tür. Keiner macht die Tür auf. Und ich mach nur so. Auf einmal Tür geht auf. Er guckt mich an, packt mich und zieht mich einfach rein. Und ich guck nur noch auf den Boden und denk so, nein, Alter. Ich kam nicht mehr klar. Ich guck. Er liegt da einfach. Und ist tot. Er sah aus, als würde er schlafen. Ich hab noch vor nicht mal 10, 15 Stunden hab ich ihn gesehen, mit ihm geredet. Und ich weiß nicht warum, aber diese 3, 4 Leute, die eigentlich da waren, um ihn zu waschen, haben ihn nicht gewaschen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht. Keiner von uns hat irgendwie geredet oder so, aber ich hab einfach angefangen, ihn zu waschen. Ich hab einfach angefangen, seine Leiche zu waschen. Und alle anderen haben mir zugeguckt. Und keiner hat eingegriffen, geholfen oder sonstiges. Erst als ich fertig war und ihn auch abgetrocknet habe, mussten die helfen, um ihn anzuziehen. Und ich hab weder noch einmal gehustet, weder hatte ich noch einmal Kopfschmerzen oder sonstiges. Ich komm auf mein Leben nicht klar. Dann kamen diese ganzen Gebete und dies und das. Und Familienmitglieder haben sich verabschiedet. Und das krasseste war ja, sein Bruder ist ja auch vor 22 Tagen genau so gestorben. Und er ist auch auf einmal weg. Ich kam nicht mehr klar. Also da lief alles durcheinander. Ich weiß nicht. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Auf jeden Fall, nachdem die ganze Zeremonie und so vorbei war, haben wir den Sarg genommen, Leichenwagen rein und mussten, glaube ich, um die 10 Kilometer fahren in den Ort, wo halt die Familienangehörigen von ihnen auch beerdigt sind. Und ratet mal, wie spät es war, als wir beim Friedhof angekommen sind, mit seiner Leiche. Und ich bin in dem Leichenwagen, sitze ich mit drin. Es war genau 10 Uhr. 10 Uhr 2, 10 Uhr 3. Nicht genau 10 Uhr, 10 Uhr 2, 10 Uhr 3. Und sein Sarg liegt da, während die anderen so quasi das Grab schaufeln. Ich gucke auf die Uhr. Es ist kurz nach 10. Ich gucke seinen Sarg. Ich gucke mich an und denke mir, verdammte Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Und was ist das nur für ein Horrorfilm hier? Auf jeden Fall, wir haben ihn beerdigt. Trauerfeier vorbei. Ne, während der Trauerfeier, während der Trauerfeier noch, liege ich in einem Zimmer da bei denen zu Hause, mit meinem Onkel, mit dem ich ein paar Tage vorher zum Friedhof gefahren bin. Und ich erzähle ihm so die Story. Genauso wie ich es euch jetzt erzählt habe. Und er sagt zu mir, Seid, vielleicht glaubst du nicht an sowas, aber er hat sich dir geopfert. Er hat lieber seine Seele gegeben, anstatt dass du deine Seele gibst. Wenn er nicht gestorben wäre, glaub mir, du wärst gestorben. Während wir uns noch drüber unterhalten, ihr kennt auch diese Frauen, die immer so ein Kaffeegläser gucken und so, diese Wahrsager mäßig. Während wir darüber reden, reißt so ein kleines Mädchen die Tür auf und sagt, die Wahrsagerin hat gerade gesagt, in einer Woche stirbt wieder jemand. Ich gucke meinen Onkel an, ich so, Cousin, ich habe ihn auch Cousin genannt, ich habe gesagt, Cousin, ich werde sterben. Ich komme nicht drum herum, ich werde hier sterben. Und er hat gesehen, ich habe richtig Paranoia bekommen. Er ist aufgestanden, er sagt, wo ist diese Wahrsagerin, was labert die für eine Scheiße und so, so voll laut und respektlos und so redet man eigentlich nicht. Wir gehen dahin, wir sagen, was ist denn jetzt schon wieder los, wer soll denn in einer Woche sterben? Sie sagt, die Mutter von Emin hat damals, als ihr erstes Kind gestorben ist, ihr müsst euch vorstellen, da wo die alle beerdigt sind, ist es auf so einem Hügel und sie hat, als sie ihr erstes Kind beerdigt hat damals, es war ein Baby, hat sie so ihre Hände hochgemacht, in den Himmel geguckt und hat gesagt, quasi so, ich bitte euch Propheten, Engel, sorgt dafür, dass ich als allerletzte sterbe. Ich möchte alle meine Kinder hier vernünftig in der Reihe beerdigen und dann soll ich sterben. Weil das war so ein schöner Platz, sie wollte, dass nur sie, ihr Mann und ihre Kinder auf diesem Hügel liegen und keine Fremden. Und die Frau meinte, dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Drei ihrer Söhne sind gestorben, ihre Tochter ist gestorben, ihr Mann ist gestorben und nächste Woche wird ihr anderer Sohn sterben und diese Frau ist 85, 90 Jahre alt. Ich so, also klingt das vielleicht ein bisschen asozial, also stirbt ihr Sohn, aber ich wollte wissen, ob ich jetzt damit gemeint bin oder nicht, ob irgendjemand stirbt oder eins ihrer Kinder. Also ich habe den Tod niemanden gewünscht, aber ich wollte nur wissen, bin ich in Sicherheit oder nicht. Dann hat sie gesagt, ja, ihr Sohn wird sterben und ihr Sohn ist auch, 65, 65 Jahre alt, locker. Sie sagt aber, man könnte ihren Sohn retten, wenn man ein Schaf schlachtet vor diesem heiligen Tempel und sie muss in den Tempel rein und auf Knien betteln, dass dieser Wunsch rückgängig gemacht wird, ansonsten wird er sterben. Cousins, Cousinen, ich kenne solche Filme nicht, Mann, ich bin in Deutschland groß geworden. Versteht ihr, was ich meine? Bei uns gibt es eine Obduktion und das war es. Auf jeden Fall. Sie sagt noch, ihr dürft sie auch nicht dazu überreden. Sie muss es freiwillig machen. Und wir sagen, ja okay. Wir gehen zu ihr hin. Wir sagen zu ihr, so und so sieht es aus. Du musst auf Knien in diesen Tempel gehen und betteln, dass dieser Wunsch rückgängig gemacht wird, ansonsten wird dein Sohn nächste Woche sterben. Sie sagt, ich mache das auf gar keinen Fall. Wir sagen zu ihr, du musst das machen, sonst stirbt er. Sie sagt, nein, nein. Ich mache das nicht. Ich mache es nicht. Und dann fing so der nächste Kopfschmerz mit ihr an. Auf jeden Fall, nächsten Tag, wir gehen da mit einem Schaf hin, in der Hoffnung, sie kommt mit. Und sie kam mit. Und dann haben die gesagt, du musst das jetzt machen. Deinem Sohn zuliebe. Sie geht rein und sie hat es dann wirklich auch freiwillig gemacht. Geht rein und sagt, bitte, es tut mir leid. Dieser Wunsch kam nicht so aus dem Herzen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sterben. Und ihr müsst euch vorstellen, sie ist in diesem Raum drinne. Da sind so ein, zwei Stufen. Und dann kannst du von dem Raum in den nächsten Raum noch reingehen. Aber in den nächsten Raum dürfen nur ganz bestimmte Leute rein. Und sie hält sich so an diesen Stufen fest, ist so auf den Knien und guckt so quasi in den anderen Raum rein und fängt auf einmal richtig an zu zittern. Ihr Enkelsohn geht rein, will sie so packen und sagt, reicht jetzt? Und sie, eine alte Frau, weiße Haare, richtig dünn, 85, 90 Jahre alt, schlägt seine Hand weg und sagt, lass mich los. Und guckt ihn richtig böse dabei an und voll ernst. Ich kam nicht mehr klar, Mann, Alter, die hat so heftig gezittert. Und dann sagt eine Frau zu ihrem Enkelsohn, lass sie in Ruhe, sie ist gerade vor Gericht. Und ich denke mir so, Mann, ich gucke so aufs Datum wieder. Ich habe noch drei Tage hier. Und denke so, Mann, ich will einfach wieder nach Deutschland. Ich will wieder Regen. Ich werde über Rot fahren, dass ich erstmal einen Brief kriege, dass ich weiß, es gibt wieder Regeln in meinem Leben, weil da gab es ja nicht mal Regeln, keine Gesetze, nichts. Ich werde erstmal direkt irgendwo falsch parken, dass ich ein Knöllchen kriege. Ich wollte einfach wieder nach Deutschland. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ja, Emin ist nicht gestorben, er lebt bis heute noch. Das war 2019 oder so. Das ist jetzt auch schon vier Jahre her. Er lebt immer noch. Ja, dann kamen wir in Deutschland an. Es war Regenwetter. Ich komme zu Hause an. Und das Ganze war für mich wie ein Film. Wie ein Scheißfilm. Ich war 21 Tage da. 21 Tage. Und dann habe ich nachgedacht, so ich habe versucht, diese ganzen Sachen auszublenden, dass er gestorben ist, wenn er nicht gestorben wäre, wäre ich gestorben. Aber es hat so alles so zeitlich und so alles so gepasst. Vielleicht kennt sich einer von euch besser aus. Vielleicht weiß einer von euch, was abgeht. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, das Ding ist so, worüber ich dann im Endeffekt nachgedacht habe, war, wie gesagt, in einem Video habe ich ja schon mal über so die Situation mit dem Geld und so gesprochen, mit dem Loch, in dem ich mal gesteckt habe. Und das war so eine Zeit, bevor wir in den Irak geflogen sind, mein Cousin und ich, war ich auf einem absoluten Höhenflug. Ich war erfolgreich wieder in meinem Beruf, habe richtig Patte gemacht und dachte, ich wäre King. Aber als ich dann im Irak war und diese Hustenanfälle hatte und ich kurz vorm Sterben war und wusste, ich werde sterben, es fehlt nur noch so ein kleiner Schubser, ist mir klar geworden, egal wie viel Geld du hast, wenn du nicht gesund bist, hast du Ziffer, hast du Null, hast du gar nichts. Und das hat mir so in vielen Hinsichten so die Augen geöffnet und die Geschichte hat mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt. Auf jeden Fall, ja, das war so die Story, die ich auch so im Irak erlebt habe. Das war schon wirklich krass. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und es würde mich brennend interessieren, falls wirklich einer von euch ein bisschen mit dieser Thematik auskennt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und vielleicht bin ich auch einfach nur verrückt oder behindert in dem Moment gewesen und habe mir das eingeredet. Ich habe keine Ahnung, aber es hat einfach alles gepasst. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und tausend Dank für euren Support und wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 20.15 Uhr bei der nächsten Live-Premiere. Bis dann, Cousins und Cousinen. Bis dann, Cousins und Cousins. Bis dann, Cousins. Bis dann, Cousins. Bis dann, Cousins. Bis dann, Cousins.